Wir gehen jetzt rein in den hungrigen Hugo, schauen uns das jetzt an. Klassische Knossi-Streamstar. Jutschi, bock auf! Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Meine Mutter kommt. Unter welchen Bedingungen schuften Pflegerinnen in Deutschland? Die Mutti wird jetzt hier zwei Gerichte für uns kochen. Waschen, kochen, pudern, allzeit bereit. Mutter, mach mir gern nochmal so ein Mac and Cheese. Das dauert ja nochmal 25 Minuten. Wo kommt das Doppelkinn her jetzt? Und du warst sieben Tage in der Wildnis, hast nichts gefressen. Wenn du alle sieben Tage gemacht hast. Das weiß ich jetzt nicht. Wer gewonnen hat, selbst was... Boah, da hat sich nochmal geredet, der Sascha. Wald, der kann doch jetzt... Ich meine, bitte. Ja, ist richtig. Aber warte mal, hast du nicht, selbst was gewonnen? Nee, nein, du hast gewonnen. Bevor sie mich aus dem Spielhalle rauskriegen... Man weiß immer noch nicht, wer gewonnen hat, oder, Chad? Ich komme sofort, eine Sekunde. Okay, ich musste kurz was klären. Das war eine wichtige Sache, Chad. Also, ist gerade ein Paket angekommen. Und meine eine Tochter... Wir haben drei mal bestellt. Da sind so Ohrwärmer angekommen, so mit Kätzchenohren. Eine Tochter hat das jetzt schon. Und die anderen zwei Töchter kommen natürlich und sagen, ey, Bro, was geht da ab? Wie, die haben... Sie hat bekommen und wir nicht. Haben die natürlich den einen oder anderen Heul herausgelassen. Dann muss ich erst mal aufklären, dass die auch unterwegs sind. Und dass Ammo Post das vorbeibringt. Das kommt hier rein. Haus an die Ohren. Was habe ich denn gemacht? Mein Bruder, du gehst nicht hier in das Spielhalle. Geld warst du da. 16. Aber warst du auch so warm? Ach, der war schon mit 6 am Automat. Ey, danke für 54 Euro. Vielen lieben Dank. Dank dich mal für mich, Kutzen Marcel. Kutzen, danke dir. Da brauche ich jetzt auch mal von dir Lins für die Altersverifizierung in Form eines Brustfotos. Mit dem Jahresring kann ich auch anhand einer Brust erkennen, wie das Alter ist. Also vorausgesetzt, du bist unter 18. Habe ich untergesagt? Wong reagiert auf Bunky Monkey. Stell dich mal vor. So schlecht ist es dir. Mom? Ja. Hat das denn keiner gecheckt? Ist das Video okay für dich? Ja, ja. Jetzt zensiert er sich. Hä? Bruder, was? Du bist ohne Kopftuch in den Videos. Ich taub den Typen tot. Und er zensiert sich schnell. Wer auch immer das Video geschnitten hat, du bist wirklich das größte Stück Scheiße. Das hat das Kopftuch damit zu tun. Wer auch immer das Video geschnitten hat, du bist wirklich das größte Stück Scheiße. Ja, jetzt geht es. Jetzt zensiert er sich. Wer von ihrem Bruder dich kaputt geschlagen wird. Bruder, was? Du bist ohne Kopftuch in den Videos. Ich taub den Typen tot. Und er zensiert sich schnell. Wer auch immer das Video geschnitten hat, du bist wirklich der. Was hat denn das Kopftuch jetzt damit zu tun, verstehe ich nicht. Also was meint er mit, du bist ohne Kopftuch im Video? Denkt er, man zieht ein Kopftuch an für ein Videodreh oder was? Und dann sagt er Bruder zur Schwester noch, Bruder, was? Verstehe diesen Kontext gar nicht. Absolut nicht. Aber egal, er konnte über seinen eigenen Witz lachen. Das größte Stück Scheiße. Ich komme so in die Hölle. Ein Mars-Band-Bowl-Event mit prominenten Gästen. Ich bestell mir 20 Dom Perignans. Was denn, Großer? So eine Scheiße. Worauf hab ich mich da bloß eingelassen? Freust dich? Worauf? Auf das Turnier? Auf das Hausweg, ja? Ey, bei der Bock-WM auch schon die ganze Zeit. Digga, ich fahr'n Haus. Was ist hier abgau'n? Ich fahr'n, Digga. Ich bin nachts noch zurückgefahren. Alles viel zu lang. Scheiße. Wenn du da vier Stunden in diese verf***te Schutzkleidung trage, normal rast dich da aus. Los, ich bin hier für dich hingekommen. War schön. Aber jetzt feier Alpen. Direkt raus. Wieder bin ich. Das Event war auch richtig geil, ne? Aber als man am Ende diese Sachen losgelassen, also ausgezogen hat, das war so ein hammermäßiges Gefühl. Du hast ziemlich oft gelangweilt ausgesehen. Ja, das stimmt. Ich schmier' in diesem Ultra-Outfit, wo du dich nicht bewegen kannst. Ich hätte, ich hätte mich richtig auf Elton gefreut. Ich feier' Elton, richtig. Ich sag' euch, ich hab' damals immer Elton vs. Simon geguckt. Simon und Elton. Ich weiß nicht, was mit Simon Gosio passiert ist. Ich weiß es nicht. Aber ich hab' die beiden richtig gefeiert, diese Elton vs. Simon. Diese Kenny vs. Benny war für mich leider fake. Es hat mich unterhalten. So, weißt du, am Ende, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt mitbekomme, okay, das war fake, dann weiß ich, dass ich trotzdem damals beim Gucken der Folgen Spaß hatte. Und die haben doch damit gar keinen geschadet, wenn es wirklich jetzt ein bisschen gestellt war. Die haben damit keinen geschadet. Geschadet, glaub' ich. Ich hab' damals, ich hab' das konsumiert, aber auch komplett. Comedy Street, auch sehr, sehr lustig damals gewesen. Stunden chill. Monte musste alle 40 Minuten pissen und musste diesen Anzug immer eine halbe Stunde ausziehen und wieder anziehen. Der war so gebrochen. Wir saßen da einfach stundenlang ohne irgendeine Aufgabe. Boah, ist das geil. Wenn ich da fünf Stunden in der Kabine sitze und nichts zu tun habe, normal fällt mir da die Kinnlade runter. Warte, möchtest du noch sagen? Let's go, Abfahrt. Was hast du denn gesagt? Big Mac, was ist denn weg? Direkt für zwei Wochen, Digger. Trimax. Hallo! Fristgeburt, Junge! Vielleicht bist du aber auch nur der in der Ecke ist und einfach nur Sniper-mäßig. Ich werd' wie ne Gazelle sein. Ich werd' nicht in der Ecke campen, auf gar keinen Fall. Das sah so lustig aus, wie so'n Berg aus rotem Etwas, wie so'n Knetberg. Das Spiel bewegt. Genau, richtig. Ey, Edi. Lass dir schmecken. Ey, die machen alle hier Melina-Emoji rein. Wo ist sie denn? Ich weiß nicht. Habt ihr eigentlich Eierschutz? Letztes Jahr hatten wir einen richtigen Eierschutz und wenn du einen Schuss in die Flöten bekommst, das tut weh. Du hast genau mein linkes Ei. Ja, Digga, was hast du da festgehalten bei Sascha? Wie exakt du gerade mein linkes Ei getickt hast so. Dick, dick. Ja, nee, ist gut. Alles klar. Viel Spaß. Fondant am Lektum. Begreifen uns doch mal den ersten momentan in aller Munde, der liebe Dave. Hallo, wie geht's dir? Nee, das müsst ihr nochmal machen. Malte, danke für die zwei Euro. Möchtest du mein Freund sein? In Klammern no sexual. Finde dich voll sympathisch. Habe leider keine Freunde. Danke, Malte, für die zwei Euro. Äh, KitKat. Monte und Marc auf dem Hamburger Dom. Ey, ich muss mir was sehen. Hat Trimax euch schon irgendwas gesagt wegen irgendwas? Irgendein Event oder so? Also, wisst ihr schon irgendwas? Ja, Fußball auf Eis? Nee, doch kein Eisfußball. Wie Eisfußball? Oder das Event am 11.12.? Nee, keine Ahnung, das meine ich nicht. Am 30.12.? Aber Stefan Raab will das nicht. Wie Eisfußball? Er hat das Video heute gesagt. Raab hat gegrätscht. Wie? Der hat einfach gesagt, nein, will ich nicht. 500k Strafverandrohung, okay. Hat Abmahnung geschickt? Nein! Das heißt, Statement ist auf YouTube. Hier gucken wir uns das mal gleich an. Ich will das mal sehen, ob der mich anschnackt. Boah, geil. Meist mit Butter und Salz. Mann, sei doch mal ruhig da vorne jetzt. Digga. Scheiße hier, Alter. Da kam doch Strophe. Der eine hat zehnmal gerufen, kommt nur von uns, andere aus der Fortnite. Ich denke, ich bin ihm am zweiten Mal noch nicht mehr lustig. Also eigentlich auf das ist das Große. Gerade gehört, Alter. Was hat er gesagt? Da war gerade Jibbi rein in die Ohren. Also eigentlich auf das ist das Große. Man hat es geschafft, Digga, dass auch so ein Breakdancer einfach von einem die Stimme kommt. Das haben wir jetzt auf Kamera festgehalten, die klargekommen. Ah, okay. Ihr habt die die immer genannt, wir haben die immer Eisbahn genannt. Die fand ich cool, wenn sie rückwärts gefahren ist, war sie auch lustig. Aber ansonsten war sie nicht so wild. Nee, das ist kein Breakdancer hier. Das ist kein Breakdancer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, das ist. Guck mal bitte Marcel an. So, babe, überall. Wir kommen unten ab. Wallah, ey, ich sag euch ehrlich, er muss einmal nur Chad so auf den Mund fallen. Dieses Ding wird so fett in seinem Hals stecken bleiben. Guck dir das mal an, ey, ich krieg Albträume. Wenn ich sehe, dass meine Kinder, meine Kinder dürfen mit Lolli gar nicht spazieren gehen. Sie dürfen nicht mal aufstehen. Wenn sie aufstehen, ich nehme denen den Lolli weg. Ich habe richtig Paranoia vor sowas. Wenn ich sowas sehe, mir wird richtig schlecht, Chat. Mir wird richtig schlecht. Ich kann sowas nicht sehen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Hört man in meiner Schule mit, mit Lolli nicht laufen. Aber wenn man sich darüber im Klaren ist, was passieren kann, dann weiß man, warum die das sagen. Wir kommen unten an. Ich denke, Alter, da liegt einfach eine E-Zigarette im Box. Rollt hin und her von rechts nach links. Hier fühle ich mich wohler als beispielsweise auf dem Turm. Wir rauchten hier eigentlich eine Sport-Zigarette, Alter. Das riecht auch... Marcel, kommst du mir auch noch mal zuhören? Hä? Ja, aber... Hä? Ganz komisch, Alter. Was sollst du dir zuhören? Digger, das habe ich auch noch nicht erlebt. Hör mir zu, Bruder. Ich bin hier auch gerade am Arbeiten. Hallo. Hör mir doch mal zu, Marcel. Ach, das hat sie... Oh, du warst auch ein bisschen perplex geguckt. Ich hatte erst gedacht, dass ich dich kenne. Die hat mich an jemanden erinnert von früher. Aber ich weiß nicht, ob die das war. War die erste Frau, von der ich die Vagina gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein, dass sie das gewesen ist. Five minutes later. Okay, jetzt... Du siehst aber eh nicht. Woher sollst du stecken, Digger? Okay. Gut. Digger, das gibt... Es gibt einfach... Das Schamgefühl von den Menschen ist einfach nicht mehr vorhanden. Es ist einfach weg. Das ist nicht mehr existent. Ich weiß manchmal nicht, wohin mit meinen Gefühlen, wenn ich manchmal mir was angucke. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Es ist einfach... Es ist nicht existent, das Schamgefühl. Wir haben das auch Onstream einfach ausgetragen. Der Dümmste fliegt hochbegabte Edition. Es gibt sieben Kontinente. Schreibt alle sieben auf euer Handy. Herr Rohr hat es als erstes. Das kann ich nicht machen. Ich habe Patrice geschrieben. Wann war die Katastrophe von Tschernobyl? Am 1.6. 2011. 2000 was? Warte mal. Bundespräsident von Deutschland. Lass es wirklich nicht machen. Doch, doch, doch. Was, Olaf Scholz? Wer ist das denn gerade? Ah, Steinmeier. Nenne ein Nachbarland von Lettland. Holland? Von Lettland? Litauen, oder? Welchen Aggregatszustand hat der innere Erdkern? Anthrazit? Ich habe Gas förmlich. Die Hauptaufgabe von Schmötterlingen in der Natur ist welche? Ähm, Gift sammeln. Gift sammeln? Ich habe Blumen bestäubt. Das O in OLED steht für welches Wort? Oha, das weiß ich auch nicht. Wer weiß das? O für OLED? Für organisch. Ah, OLED war auch krass. Organisch? Ich habe es ein Besonderes recon. reveal. res Bis zum nächsten Mal.